Okay, es hilft nichts, es wird nicht besser. Ähm, es ist umgeben, dass irgendwie alles ein bisschen langsamer abgeht. Haha. Wie seht ihr, haben sie schon richtig eingekeilt hier. Jetzt ist es dann Zeit, dass wir unsere... ...brauchen wir, ich auch noch nicht. Vielleicht sollten wir hier mal dann... ...bei, herbeiziehen. ...dass sie hier alle wirklich das Stürmen versuchen. Ach, Alter. ...dennene, das war müde. ...die Kanonen schießen und sind noch brav hier auf den Ecker. ...und scheinbar, als hätten sie schon was getroffen, auch. ...die Kanonen schießen und sind noch brav hier auf den Ecker. Ich mein, wir sind aufgeben, was ich wirklich sagen. Ah, und da ist jetzt die Situation identisch. Das wäre jetzt natürlich besser, wenn wir hier. Denn bevor hier die Kavallerie rausstürmt. Oh, die haben auch solche Mist. Die sind ja auch schon genau in der Situation, in die ich nicht kommen wollte. Denn unsere Leute haben trotzdem nicht so eine gute Chance gegen die Pferde hier. Okay. 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 Nach dem letzten Schlag Aha, wieso wollten wir jetzt gerade fliehen? Und was machen wir denn hier da? Okay, keine Ahnung was das jetzt ehrlich gesagt soll. Das war's. Ja, die schießen hier natürlich darauf. Okay, was tun die Leute hier? Die sollten doch schon längst irgendwo anders sein. Oh, das ist toll. Das war's. Okay, ihr seht, es gibt ein paar KI-Schwellen im Spiel, aber das sollte uns doch nicht stören. Die werden sich schon ordentlich hinstellen, wenn sie es müssen. Ja, was tun die hier eigentlich? Schieben die hier aus? Was machen die hier? Schießen die jetzt wirklich auf? Oh, mein Gott. Okay, was tun die hier, ihre Angst? Vielleicht schaffen wir es, ihre Generäle zu überschreiten. Vielleicht schaffen wir es, ihre Generäle zu überschreiten. Okay, die haben sich anscheinend auch schon ziemlich vernichtet. Schauen wir mal, ob wir das Gebäude hier stimmen können, ohne dass sie entdeckt werden. Na ja, keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Oh, shit. Aber das passt. Oh, was heißt das? ius? Oh, das passt. Okay, we missed. Dann haben wir unsere Reiter. Oh, viele fand sie die auch nicht möglich. Ah, jetzt haben sie die Reiter. Gut, hier schlagen wir uns auch schon durch. Und die Frage ist nun natürlich, was wir tun sollen. Unsere beschützende Kavallerie ist auch schon da. Und viele Leute haben sie nicht mehr. Sonst sie die noch fertig machen. Gut. Jetzt setzen wir unsere... ...Pikiniere mal auf sie. Wenn das geht. Nee, die hören natürlich gleich zu den Leuten ab. Aber wenn wir unsere Leute hier so positionieren, wenn die versucht sind, dass sie die Licht abknallen. Und hier können wir anscheinend nicht mehr rauf. Sehr interessant. Oh, okay. Ja, vollidoren. Haben wir Glück, dass hier irgendwo noch der General ist hier. Ich sage ihnen mal, dass sie hier nur hierher gehen sollen. Gut, der Plan funktioniert. Gut, der Plan funktioniert. Gut, der Plan funktioniert. Gut, der Plan funktioniert. Gut, ich weiß nicht. Gut, sieimmt. Vielen drama immer. Kampf langweifen oh shit ne die Kinia auch immer in Kampf Gut, lass das Gewusel beginnen, will ich mal sagen. Ja, Gott sei Dank haben wir das gewonnen, mit einer um einiges weniger, also ich glaube 300 Personen oder so, es waren weniger, ja, gut, uns bleiben zwar nicht mehr so viele Leute über, aber wir haben ihre gesamte Armee getötet, sehr schön. So, dann bessern wir unsere Leute noch auf, und das war's dann für heute, Leute, ciao!